Nach dem einen und vor sowie nach dem anderen Regenschauer fand es statt, das große Gartenfest des Nachbarschaftshilfevereins am Mehrgenerationenhaus Südtreff in Hoyerswerda in der Schweizer Straße am Samstag. Das gelegentliche Nass von oben tat der Stimmung überhaupt keinen Abbruch und den Höhepunkt schließlich setzte er, Remy von Demi, bekannt durch das Duo und natürlich als ehemaliges Mitglied des Schauorchesters Ungelenk. Sojaka und Chor. Sojaka. Was hat man hinter die Sopa bestellt? Sojaka. Sojaka. Was stärkt uns in der Liebesnacht? Sojaka. Sojaka. Was schmeckt am besten Haus der Nacht? Sojaka. Sojaka. Zuvor bereits gab es ein buntes Bühnenprogramm, das sehr gut bei den zahlreichen Gästen ankam. Das Gelbe vom Ei war, wie in jedem Jahr, wieder der selbstgebackene Kuchen des NHV. Zudem war natürlich bei den Steppkes wieder Turben angesagt. Ein etwas feucht, aber sehr fröhlicher Samstagnachmittag war es, den der Nachbarschaftshilfeverein den Gästen geboten hatte. Dann auf ein Neues im kommenden Jahr.